Baraka von Lausanne Sport Athletis mit der Franzose, er läuft auf Bahn 1. Dann der Athlet von LC Zürich, Jonas Gerig. Jonathan Villain, ebenfalls ein Franzose aus Genf, auf der Bahn 3. Tony van Diepen aus der Niederlande, auf Bahn 4. Greg Newell, Irland, auf Bahn 5. Und auf Bahn 7 vom BTV Aarau, Florian Schwab. Und Florian Schwab vom BTV Aarau Athletics, er auf Bahn 7. Jonas Gerig auf Bahn 2 für den LC Zürich. Dann ist Baraka Gerig, Villain van Diepen, Newell, Lutz und Schwab. Van Diepen mit 46, 43, sicher zu favorisieren. Er auch ein sehr guter 800 Meter Läufer, 1,48, 0,3, schon gelaufen. Und los geht's, wie die Feuerwehr, Greg Newell läuft schon zu Silvan Lutz nach vorne. Der kleine irische Athletic auf der Bahn 5, alles schon gut gemacht. Dann Gerig, jetzt sehe ich natürlich, dass Van Diepen nicht am Start ist. Lutz hält dagegen, Gerig auch mit dabei. Newell ein bisschen zu forscht angegangen. Es ist Lutz, der führt. Er hat sehr viel Erfahrung über diese Distanz. Gerig kämpft mit. Newell kommt noch einmal auf und es ist Gerig, der sich nach vorne kämpft. Und auf Bahn 2 ist es Jonas Gerig, der mit 47,77 eine neue persönliche Bestleistung aufstellt. Der ist Jonas Gerig. Vielen Dank.